Ah! Mir ist eingefallen, woran ich gedacht hab. Du machst Witze, oder? Es waren viel mehr Gedanken. Ich dachte daran, wie froh ich bin, dich kennengelernt zu haben und an unser allererstes Treffen. Hier im schönen Ponyville Spa. Und jetzt teleportiere ich den Tisch zurück. Nein, 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 nein! Ein bisschen weiter links. Gut. Jetzt ein Stück drehen. Ja, gut. Hey, wie war's bei euch? Ach, nichts! Was? Na ja, während du weg warst, habe ich eine Freundschaftslektion gelernt. Du hast gerade bestanden und lernst eigenständig neue Lektionen. Oh, ich bin so stolz. Wir haben im Team gearbeitet und wir haben Rätsel gelöst. Und wenn man kein Lied singen soll. Wir hatten wirklich viel Spaß. Aber ich hatte mich so auf einen Tag im Spa gefreut. Und das Ponyville Spa ist noch geöffnet. Wer kommt mit? Ja, ich bin noch ein Lied. Wollen wir uns da treffen? Kennst du einen Zauber, durch den die Spa-Ponys vergessen, dass der Kartentisch dort war? Hast du denn nicht gelernt, deine Probleme ohne den Einsatz von Magie zu lösen? Nein, denn wenn man das lernt, hat man so viel weniger Spaß. Du bist ja bei euch. Ja, aber wir können uns das gerne machen. Aber wir können auch bringen. Ja, ich bin ja. 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 Vielen Dank.